Der Verwaltungsbeamte und spätere Leiter einer Versicherung gegen Hagel und Großviehsterblichkeit, Hermann Heinrich Gossen, kam mit seinem 1854 erschienenen Werk »Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln« erst posthum zu ehren. Heute gilt er als einer der Begründer der Grenznutzen-Theorie. Den Zusammenhang zwischen Konsum und Nutzen drückte Gossen mathematisch durch eine Nutzenfunktion aus. Der Gesamtnutzen n hängt von der konsumierten Menge x ab. Der Grenznutzen n' als die Veränderung des Gesamtnutzens bei einer sehr kleinen Zunahme des Konsums lässt sich dabei als erste Ableitung dieser Nutzenfunktion interpretieren. Dazu ein Beispiel. Auf der senkrechten Achse ist der Gesamtnutzen abgetragen, auf der waagerechten Achse die Konsummenge eines bestimmten Gutes. Je mehr von diesem Gut konsumiert wird, desto höher ist der gesamte Nutzen. Das gilt bis zur Sättigungsmenge, bei der der höchste Nutzen erreicht ist. Danach tritt die Übersättigung ein und der Nutzen sinkt wieder. Als Beispiel lässt sich ein quadratischer Funktionszusammenhang zwischen Nutzen und Konsum vorstellen. Nun wird der Grenznutzen in einem darunter liegenden Koordinatensystem hergeleitet. Betrachten Sie das Steigungsverhalten der Nutzenfunktion. Im Nutzenmaximum ist der Grenznutzen null, denn die Gesamtnutzenkurve steigt dort nicht mehr an. Die erste Ableitung der Nutzenfunktion muss daher bei der Sättigungsmenge die Mengenachse schneiden. Der Grenznutzen ist positiv, solange die Nutzenfunktion ansteigt. Im Bereich des sinkenden Gesamtnutzens wird der Grenznutzen dagegen negativ. Da in diesem Beispiel eine quadratische Nutzenfunktion gewählt wurde, ist deren erste Ableitung linear. Der Grenznutzen lässt sich somit als fallende Gerade darstellen. Seinen höchsten Wert nimmt der Grenznutzen bei x gleich 0 an. Dies zeigt, dass die erste kleine Steigerung des Konsums den höchsten Nutzenzuwachs mit sich bringt.